Kapitel 34 Das wahre Gesicht Ein weiteres Mal ging die Sonne auf, in dieser Welt, welche für Kel inzwischen eine neue Heimat geworden war. Alleine machte er sich auf zu dem Turm, in welchem er vielleicht einer riesigen Herausforderung gegenüberstehen würde. Es war mehr als offensichtlich, dass Amagaga nicht dumm war. Und gleichzeitig hatte er die gesamte Liga in seine Lüge eingewickelt, so wie auch Team Polana Vatra noch am Tag zuvor. Er selber hingegen war das Akani, das dadurch bekannt wurde, seine Teampartnerin zum Sterben zurückzulassen und im Prinzip wadensinnig zu sein. Und doch musste er irgendwie alle davon überzeugen, dass sein Wort das wahre wäre und nicht das des allseits bekannten und vertrauten Amagaga. Jedoch hatte er sich bereits vorgenommen, zuerst noch einmal Amagaga selbst zu besuchen. Einen großen Vorteil hatte Kel noch, den er so sehr ausnutzen wollte, wie nur möglich. Denn das Fossil hatte keine Ahnung, dass es durchschaut wurde. Und so, zum unzähligen Male, klopfte Kel an die altbekannte Tür an. Die Stimme, die hinter dem Holz ertönte, klang in seinen Ohren so anders. Nun, wo er die Wahrheit kannte. Kel, Machado, seid ihr das etwa schon wieder? Halb, nur ich bin das Amagaga. Beinahe sorgte sich Kel, dass das Fossil ihn nicht einmal einlassen würde. Vielleicht war selbst seine gespielte Rolle inzwischen zugenervt von den ständigen Besuchen. Doch ein leises Klicken ertönte kurz darauf und Kel trat ein. Es ist gut, dass du heute alleine hier bist. Ich denke, ihr beiden seid immer noch auf der Suche, nicht? Das Arkani nickte als Antwort, wobei es ihm schwer fiel, seine wahren Gedanken zu verstecken. Natürlich. Ja, dachte ich es mir doch. Also Kel, langsam reicht es mir ehrlich gesagt, euch jeden Tag Fragen beantworten zu müssen. Deswegen habe ich gehofft, dich heute so zu erwischen. Wir gehen jetzt bei den Ebene 48 und besuchen Monagoras. Er wird dir sicher mehr Antworten geben können, als ich es je könnte. Das glaubst du selber nicht, Arschloch. Diesen letzten Gedanken sprach Kel jedoch nicht aus, sondern behielt es für sich. Trotzdem war er sehr unsicher. Wenn sie nun die Ebene besuchen würden, würde Monagoras Flucht auffliegen. Aber wenn er nun ablehnte, es wäre alles andere als unauffällig. Deswegen hatte Kel keine wirkliche Wahl. Nun, vermutlich hast du recht. Also dann gehen wir. Erst jetzt fiel dem Arkani ein großes Problem auf. Nur Monagoras Karte konnte die Ebene 48 erreichen. Aber diese Karte hatte er. Jedoch trat Amagaga einfach in den Aufzug und wählte die Etage an. Auf den fragenden Blick des Arkani antwortete er schnell. Ich habe neulich die Daten von Monagoras Karte auf meine übertragen. Nun, wo die Ebene kein Geheimnis mehr ist, ist das simpler. Zwar sah Kel die Logik hinter dieser Erklärung, doch trotzdem akzeptierte er sie nicht. Dafür vertraute er dem Fossil zu wenig. Schnell ertönte ein gedämpftes Klingeln, welches durch einen ewigen, leeren Raum halte. Erschrocken trat der ehemalige Teampartner des Verschwundenen in den Raum. Monagoras ist weg? Was? Wie zur... Für einen Moment schien die Fassade zu brechen. Und nur Sekunden später tat sie es endgültig. Dann wirst du wohl doch alleine hierbleiben müssen. Ja, mal schade. Die Stimmlage des Fossils war nicht mehr, was Kel kannte und sein Ausdruck wirkte völlig verändert. Zwar war die Überraschung hinter diesen Worten nicht wirklich vorhanden. Doch für den Zweck der Sache spielte das Arkani trotzdem überrascht. Wie? Wovon redest du einmal Gaga? Zum ersten Mal zeigte sich Kel wirklich, was Monagoras meinte, als er von einem Liga-Gründer als Psychopath sprach. Kel, Kel, Kel. Du bist wie deine Freundin. Du hast noch so viel zu lernen. Zum Beispiel, dass man manche Dinge einfach akzeptieren sollte. Es kotzt mich an, wie viel Hoffnung du noch hast. Wo ich doch gerade alle davon überzeuge, dass Aurora schon tot ist. Wirklich lästig. Deswegen wollte ich dich erst einmal hier bei deinesgleichen verwarnen. Aber nun, wo er weg ist, hast du hier zumindest Platz genug. Erklär dir, Yamagaga. Was geht hier vor? All diese Fragen dienten alleine der Täuschung, auf welche der Anführer des Team Fossil auch hereinfiel. Vertrauen schadet Arkani, gerade im Angesicht meines unermesslichen Genies. Monagoras war unschuldig, aber mehr Informationen benötigst du erst einmal nicht. Also sei brav, dann lasse ich dich vielleicht in Frieden. Aber erst einmal ein paar Tage aus dem Weg brauche ich dich. Wie aus dem Nichts, hielt er auf einmal eine seltsame Flasche in der Hand und warf diese zu Boden. Der Raum erfüllte sich mit Nebel und Kel verstand nicht, was vor sich ging, bis er das leise Soren des Aufzugs hörte. Amagaga hat ihn eingesperrt. Ohne zu wissen, dass sein neuer Gefangener den Zentralschlüssel hatte. Sobald er wollte, konnte Kel einfach aus der Tür heraus spazieren. Doch er hatte es noch nicht vor. Erst würde er das Fossil in Sicherheit wiegen. Und dann, am frühen Nachmittag, wenn sich der Verräter im Gemeinschaftssaal unter die Mon mischte, dann würde Kel zuschlagen. Zwar hatte das Arkani keine Möglichkeit, die Zeit zu erkennen, aber dies entmutigte ihn nicht. Der triste Alltag, welchen er in der Menschenwelt führte, hatte immerhin einen Vorteil gehabt. Es hinterließ ihn mit einer sehr genauen inneren Uhr. Und als Kel langsam glaubte, dass die Zeit gekommen war, las er einfach die Karte von Monagoras an der Tür ein und verließ sein Gefängnis. Das Treppenhausfenster zeigt ihm eine Sonne, welchen ihren Zenit vor kurzem überschritten hatte. Die perfekte Zeit. Gemächlich stiegt Kel die Treppen hinab. In Gedanken, beim Planen. Was genau will er sagen? Er musste Amagaga aus dem Konzept bringen, wofür er den Überraschungsmoment dringend bräuchte. Bald darauf erreichte er sein Ziel. Nicht viele Pokémon waren hier, nicht so viele, wie Kel es sich erhofft hatte. Aber immer noch genug. Vor allem hatte sich eine ganze Ansammlung wichtiger Persönlichkeiten an diesem Ort eingefunden. Team Nordica war vollständig anwesend. Dazu noch zwei andere Königs- und vier Oberligateams. Der Gesuchte befand sich derzeit recht mittig im Raum. Vertieft im Gespräch mit einer abgelehnten, potenziellen, ahnungslosen Mitleiterin. Amagaga. Auf ein Wort. Überrascht schoss der Blick des Fossils zum Eingang. Der Schock in seinen Augen war sichtbar und Kel wusste, er hatte einen guten Moment gefunden. Jedoch fing Amagaga sich schnell und versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Wenn du etwas zu besprechen hast, dann lass uns das jetzt in meinem Büro machen. Natürlich würde er so eine Nummer versuchen. Aber das war Kel bereits klar gewesen. Nein, nein, nicht nötig. Es sind nur ein paar kurze Fragen, die bestimmt auch manch andere hier interessieren. Herausfordernd blickt er den Liga-Leiter an. Erklärst du bitte allen hier Anwesenden, weshalb du Monagoras beschuldigt hast, mit Epsilon zusammenzuarbeiten, während du selber die Rüstung dort versteckt hattest? Und weshalb du mich gerade auf Ebene 48 einsperren wolltest? Oder wo du Aurora gefangen hältst, die du seit eurem Gespräch versteckt hältst? Weshalb ich dich neulich mit Epsilon habe reden hören? Erklär das bitte kurz, Amagaga. So ziemlich jedes Pokémon im Raum warf sein Blick nun auf das Geschehen hier im Zentrum. In Amagagas Blick sah Kel ein Funken des Zorns. Offensichtlich hatte das Fossil nicht erwartet, so bloßgestellt zu werden. Jedoch wusste er seine eigenen Waffen der Täuschung auszuspielen. Nun, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf so etwas reagieren soll. Woher kommen auf einmal all diese Ideen, Kel? Es fällt mir gerade wirklich schwer, diese Entschuldigung nachzuvollziehen. Lass die Fassade fallen. Ich weiß über alles Bescheid. Was jedoch beide Beteiligten wussten. Die Fassade würde nicht fallen. Solange niemand außer Kel und seinen engen Vertrauten die Wahrheit kannte. Ich weiß wirklich nicht, was dieser Unsinn auf einmal soll, Kel. Du und ich, wir wissen beide, dass ich selbst angegriffen wurde. Und ich weiß ja auch, dass es schwer für dich war, Aurora zu verlieren. Aber Wahnvorstellungen sind definitiv nicht der Weg. Wahnvorstellungen. So etwas werde ich mir nicht von einem Pokémon anhören. Das Jahre mit einem Pokémon in einem Team verbringt, nur um dieses dann zu verraten. All die Blicke und Stimmen um Kel herum verrieten ihm wenig über die Meinung der Liga. Alle, bis auf Elementara, die sich aktiv in das Gespräch einschaltete. Das ist mehr als genug, Kel. Was doch selber derjenige der Monagoras gestellt hat. Auf einmal willst du deine Meinung ändern? Weil ich Unrecht hatte. Genau wie alle hier. Damit einmal Gaga zu trauen. Eine Trumpfkarte hatte sein Gegenüber jedoch, mit welcher Kel nicht gerechnet hatte. Ein Moment, wenn du von Monagoras Unschuld überzeugt bist. Warst du etwa derjenige, der ihn hat gehen lassen? Natürlich, mit allem Recht. Mit derselben Schlüsselkarte, mit der ich mich aus deiner Falle befreit hab. Zwar sah Kel selber an dieser Aussage nichts als ein valides Argument. Doch er hatte das Misstrauen der anderen Pokémon gegenüber Monagoras und ihm eindeutig unterschätzt. Monagoras ist frei? Was? Amagaga selber sah seinen Einsatz als der ach so gutmütige Liga-Leiter. Er trat einen Schritt nach vorne, um die Tiefe seiner falschen Worte zu untermalen. Kel, dir ist bewusst, dass du dich aktiv zu unserem Feind machst, oder? Ich verstehe deinen Frust und deine Trauer, aber die Befreiung eines Mitglieds der Plot-Elite ist alles andere als die Lösung. Aber ich verstehe dich auch wirklich. Händige uns den Gefangenen aus und wir regeln das alles friedlich und freundschaftlich, okay? Überall in der Ebene erklang Zustimmung. Kelts Versuch der Überzeugung war vollkommen gescheitert. Stattdessen hatte Amagaga es geschafft, die Überraschung so zu wenden, dass nun Kel selber als Verräter dastand. Deshalb entschied das Akane sich, dass eine weitere Diskussion keinen Sinn hatte. Nur über meine Leiche. Glaub mir, ich werde Aurora finden. Und sobald wir sie haben, wird sie der Liga bestimmt gerne erzählen, was geschehen ist. Nach dieser Ansage verließ er sofort den Saal und stieg die Treppen hinab. Nach allem, was bereits geschehen war, hatte Kelts zwar erwartet, dass Amagaga clever wäre. Doch trotzdem hat er ihn unterschätzt. Zu sehr hatte er ihn mit den Wissenschaftlern seiner Welt verglichen. Das war Kelts großer Fehler gewesen. Amagaga war mehr als ein durchtriebener Psychopath. Er war stressresistent und improvisationsbereit. Seine Worte waren die Waffe, welche er gegen all jene nutzte. Welche die Wahrheit nicht sahen. Einem derartigen Meister der Rhetorik war Kel in einem Streit um die Gunst der Pokémon niemals gewachsen. Seine Fassade hatte nicht einmal wirklich gewankt. Und trotz seiner schmutzigen Wahrheit hatte er perfekt den gutmütigen Liga-Leiter gespielt, den all die Pokémon kannten. Im Inneren hatte er Kel in der Luft zerreißen wollen. Doch äußerlich zeigte er das nicht. Es war mehr als offensichtlich, dass Amagaga bisher das gefährlichste Mitglied der gesamten Plot-Elite war. Vermutlich auch das letzte Unbekannte, aber mit Abstand das gefährlichste. Die Mission gescheitert, entschied Kel sich zum Haus zurückzukehren. Dort würde er entweder Monagoras und Marshadow antreffen oder auf sie warten. Er musste Bericht erstatten, bevor die Suche weitergehen konnte. So ließ er den großen Turm hinter sich, welcher in Kells Augen sein Antlitz völlig verändert hatte. Zwar war es nie so gedacht und viele ehrenvolle Pokémon kämpften für Ruhm und Stärke, doch... Es fühlte sich irgendwo so an, als wäre dieses gesamte Gebäude. Die gesamte Institution der Birelischen Ringkampfliga. Nichts als eine Waffe. Ein Werkzeug von Epsilon und seinen Anhängern. In all seinen zweifelnden Gedanken erreichte Kel bald den Hauptplatz der Stadt. Rund die Hälfte der Strecke vom Turm bis zum Haus hatte er bis hierher zurückgelegt. Der gepflasterte Steinboden erstreckte sich leer für viele Meter. Umgrenzt von verschiedensten Häusern und Straßen. Nur einmal in der Woche füllte sich dieser Ort mit Leben. Jedes Mal, wenn Händler aus aller Welt anreisten, um ihre Ware zu verkaufen. Heute war dieser Ort jedoch leer. Auch nur wenige Pokémon liefen herum. Eines von ihnen war Kel jedoch gefolgt. Bis an diesen Ort. Elementara. Kel, bleib jetzt stehen! Sofort erkannte der Leiter des Team Polana Wattra die Stimme. Und auch wusste er, dass sie ihm wohl nicht friedlich gesinnt war. Lass es bleiben. Ich werde nicht weiter diskutieren. Oh doch, das wirst du! Weißt du eigentlich, was du Amagaga da gerade vorgeworfen hast? Vor all den Pokémon! Hochverrat, Körperverletzung, Verleugnung, Mordversuche und moralische Experimente an Pokémon Größenwahn. Habe ich etwas vergessen? Und alles davon ist wahr, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht.